Nein, lass loslegen. Kurze Frage. Das sind most you've reviewed CSGO Twitch Clips, ne? Das ist nur CSGO. Ah ja, nee, das war falsch. Das wollte ich eigentlich nicht. Anni? Ja? Dann nehmen wir doch ganz kurz das hier. Und los. I'm Yasmin. Ja, ich bin Yasmin. Heißt sie auf Deutsch, Anni? Ja. Sitzt im Auto mit ihrer Mutter. Sie ist ihre gleichaltrige Mutter im Auto? Ja, richtig, die sind gleich alt. Und fragt ihre Mutter, was sie davon halten würde, wenn sie jemanden daten würde, der nicht asiatisch ist. Ihre Mutter antwortet. Ja, meine Mutter hat keine schlechte Erfahrungen. Sag nicht, dass du deine Mutter zu schade bist, okay? Ähm. Was kommt jetzt? Asiatische Männer sind extrem hässlich, scheinbar. Oh mein Gott! Was? Sie steigt. Sie steigt einfach raus. Ah! Sau unangenehm. Ja, cool. Schöne, ehrliche Mutter. Ja. Kein bisschen rassistisch, sehr nett. Überhaupt nicht. Perfekt. Das lassen wir mit 2019 einfach hinter uns, oder? Ganz genau. Ich hab grad versucht, was zu sagen, aber mir ist jetzt eingefallen. Ich hab einfach nur eine hinter mich Geste gemacht. Schauen wir mal weiter. Sie ist hier gerade tatsächlich am Streamen in der Mall, ganz entspannt und filmt jetzt blöderweise kurz hinter sich und die Frau hinter sich scheint ein Problem damit zu haben. Zeigt hier den Mittelfinger. Bis dato eigentlich noch ganz normales Verhalten. Ja, geht, ne? Also, es würde auch nicht gern gefilmt werden. Warum hält die denn drauf? Also, was hat die ihr Essen dann? IRL-Streaming ist schon echt belastend, oder? Ey, ganz ehrlich, ich kann's so verstehen. Ich glaub, du bist in real life, bist du einfach gerade alleine irgendwo am Essen, weil du Single, Lonely bist. Du würdest grad einfach nur in Ruhe diesen Riesen-Burrito in deinen Mundstof und dann wirst du gefilmt für tausend Leute, Alter. Man, man wirft ja nicht sein Essen, oder? Ja, ich würd auch nicht mein Essen werfen, das ist ja viel zu wertvoll, Alter, aber ich kann verstehen, dass hier nicht gefilmt werden will. Ja, true. Oh mein Gott. Der Dude läuft durch Kehr, spielt Heiden Sieg, also Verstecken, und macht einen Schrankhaufen, da sitzt schon jemand drin, der aber auch Verstecken spielt. Voll verrückt. Aber nicht zur Gruppe gehört. Dude, I feel like I have to look in everything. Like, can you imagine? Oh, actually, I could fit in this. Oh, no, I can't. Ich meine, macht man das? Hello, wait, who are you? Hä, wie filmt der denn sein Scream? So eine Schultercam. I'm playing Heiden Sieg with people. Das ist so weird. Hä, als ob das ist. Als ob das ist, das ist doch gefaked, oder? Das muss gefaked, aber halt ob. Also, das passiert ja nicht, dass zwei Leute gleichzeitig Heiden Sieg im Ikea spielen. What? Das ist ja... Oh, no, dieser Mann hat mich, er hat gerade öffnet. Hä? Und das darf man so randoms. Die laufen einfach durch Ikea und spielen Heiden Sieg? Hä, ist das so ein Ding? Mit wer? Mit meinen Freunden. Hast du schon mal Verstecken im Ikea gespielt? Nein, aber ich würde gerne. Hä? 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 Ist das eine normale Sache, die ihr euch für Spaß macht? Nein, das ist das erste Mal. Sind die bekifft, oder so? Anni, warum machen die das? Hast du schon mal Verstecken im Ikea gespielt? Ne, aber wollen wir mal in Ikea fahren und Heiden Sieg spielen? Ja, Alter, auf jeden Fall. Die Freunde betreffen uns nächste Woche bei Ikea mit 3000 Leuten. Größte Heiden Sieg-Event der Welt. Und spielen dann Heiden Sieg und machen das aber mit einem kleinen Twist drin. Und zwar kriegt derjenige, der sucht ein Messer. Ist beim Finden auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Be crazy. So weird. So weird. Wait, what? Okay, was passiert jetzt? Hi everybody, do you have your pants on? Oh my God. I'm very concerned. I'll make sure that you're all getting your pants on. Okay, sie sind in irgendeinem Laden. Ey, ganz real talk. Ich finde, dieses Mädchen sieht aus wie Jodie, oder? Findet sie nicht? Sie? Findet sie nicht? Bisschen so. So in manchen Winkeln habe ich das vom Gesicht her halt. Der Typ hat aber jetzt gerade erfahren, dass sie Livestream. Jetzt fragt er die ganze Zeit den Chat, ob sie die Hosen tragen. Was hier? Hier ist da so ein Dude, der streamt und seine Mutter kommt einfach ins Zimmer rein. Perfekt, schauen wir mal. All I can say is thanks for whoever is talking to my son. That's the only time I hear him laugh. Oh, wie süß. Oh my God. Oh my God. Oh my God, ich muss weinen. Oh my God, wie... Alter, ist das süß, Mann. Oh my God. Oh my God, Leute. Wie süß. Die Mutter kam quasi rein ins Zimmer und hat zum Chat gesagt, ey, ich bin euch so dankbar dafür, dass er das macht, weil ich höre meinen Sohn sonst nie lachen und wenn er streamt, dann lacht er und das ist eure Schuld. Und dann sagt er noch, danke nochmal, ich kann mich nicht genug bedanken, Alter. Dankeschön. Hä, wie süß, Mann. Oh my God. Das ist richtig cool. Oh my God. Das ist ziemlich nice. Das ist richtig schön. Das ist einfach in jeder Hinsicht einfach schön. Oh nein, das Ding ist voll in ihre Fresse und sie war offline. Was? Okay, der Dude ist Post Malone am Cosplay. Das ist eine Frau. Alter. Das ist crazy. Hä, wie nice. Es sieht aber echt krass aus, oder? Es sieht echt überzeugend aus. Mach ich jetzt die Haare auf? Oh my God. 1 zu 1 dieses, das könnte, das ist halt schon krass, oder? Hä, krass. Hä, ist schon krass. Ist auf jeden Fall ein Hot Guy. Kann man nicht anders sagen, oder? Hä, wie krass. Überzeugend. Aber die haben einfach so ein ähnliches Gesicht, oder? Ja, auch, glaube ich, aber trotzdem. Alter, da ist der Blick dabei. Oh my God. Okay, hier haben wir ein E-Sports-Tournament und der Guy im Publikum dachte sich einfach so, yo, ich bin nicht zufrieden damit, wer gewonnen hat, also schmeiß ich jetzt meine Kacke auf den Typen. Kacke? Nicht eine Krabbe? Crab oder... Crab. Ich weiß es nicht. Crab oder Crab. Es könnte Kacke... Es ist eine Krabbe. Es ist eine Krabbe. Es ist einfach eine Krabbe. Hä? Was? Wer schmeißt denn... Wo kriegt man denn eine Krabbe her? Warum wirft man eine Krabbe? Okay, also hier haben wir eine Dame, die erzählt, dass sie auch schüchterne Jungen steht und dann kommt ihr Freund scheinbar rein und hat da wohl eine ganz andere Meinung zu. Gucken wir mal ganz kurz. Oh, ich bin ja auch eher ein Schüchterner. Stimmt nicht. Even though you're the shy guy, I do. I am not no shy guy. Yeah, you were. Yes, you are. Why do you think girls always... Oh, the cats are the... Because you don't give them attention. Because I'm the top dog. Girls, you first don't care what you said. He's shy. I'll shoot on me this face. I'll cut your mouth. He's shy. He's shy. He's shy. Scheinbar ist er doch nicht so schüchtern. Also ich glaube... Ja. Okay, Leute. Schauen wir mal ganz was hier rein. Top 20 most of your Twitch live of all time. 2019. Okay. Hier haben wir eine Frau, die hinter einer Scheibe sitzt in der Gym. Er spielt das gleiche Spiel wie sie, nämlich Pokemon Go. Oh, das ist keine Frau. Nice. Aber er hat gesagt Ski, oder? Oh my God, it's a dude. It's a f***ing dude. I thought it was a girl. Alright, we're gonna abort. Everybody get the f***. We gotta get the f***ing. Man kennt's, oder? Wenn man denkt, das ist eine Frau und das ist einfach ein Kerl mit langen Haaren. So habe ich übrigens auch Anni kennengelernt. Ich dachte auch, das wäre eine Frau. Aber es ist einfach nur ein Kerl mit sehr langen Haaren, extrem großen, gut gemachten Brüsten. Oh, du bist immer so gemein zu mir. Ich dachte, wir machen eine lustige Zeit hier. Ja, wir machen jetzt eine lustige Zeit. Wir schauen uns jetzt an, wie man Tetra spielt, okay? Gut, danke schön. Ich hoffe, mich als Kerl zu beleidigen. Okay. Alter, das ist ja Next Level, wie ihr hier spielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell dir den Weltvikorn auf, oder was? Oh mein Gott, wie kann man so krass in Tetris sein, Diggern? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Alter. Tetris Weltmeisterschaft? What the f***? Es gibt alles. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Hey, wie kann man so gut in so einem Game sein? Voll in Tetris. Tetris. Ah, das ist diese Dame mit dem Tourette, die Streamerin, Sweet Anita. Ach, cool. Okay. Schlecht Computer, möchte andere Spiele spielen. Ich spiele Bioshock. Ich spiele mit meinem D*** auf einem Tuesday. Lasagne. Lasagne. Oh, das war ein stabiler Kick, würde ich sagen. Alter, oh nie. Ja, ich finde es so crazy. Holy s***. Okay, das ist auch klar, warum das ein Mausfeed-Clip ist. So, we're right on time. This is the famous people's lives. And my... You're really not that interesting. What? Oh nein, Alter. Oh, dieser Burn. Irgendein alter Opa kommt und sagt dir auch, sorry, du bist wirklich nicht so interessant, wie du denkst, Alter. Oh mein Gott. You're so kind. Jesus loves you. Jesus loves you. Perfekt, Alter. Oh mein Gott. Die Arme, die Arme, Alter. Boah, wie unangenehm, Alter. Deswegen, deswegen würde ich niemals in Real-Livestreams machen, draußen, weißt du? Ja, verstehe. Weil du einfach immer welche Arschlöcher haben kannst. Okay, VR-Chat-Game. Du bist eine Black-Girl-Irl. Ja. Dude, I love that. That's cool. I'm a Black-Irl too. Was ist das für eine Konversation? No, no, I know, dude. I'm a Black Knight. Hey, get out of here, man. Stop. I'm trying to talk to my Black... Stop. Alright, go away, man. I'm just like you guys. I'm cool. Alright. Wie unangenehm, Alter. Ohne wenn sie Arschlöcher ist aber auch so krank, oder? Die Unterhaltung auch so unangenehm an sich schon, oder? Wie Arschlöcher des Geistes krank, wuselig. Hey, bist du auch in Wirklichkeit schwarz? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Dann sind wir doch eins. Dann kommt irgendeine Redditor so, yo, ich bin übrigens auch schwarz. Ach so, weil White Knights und das sind Black Knights. Ja, weil er ein schwarzer Ritter ist. Wie unangenehm. Oh, weißt du, was er macht? Okay, but where are they from? Er ruft diese Scammer-Hotlines, wo man halt anruft bei Microsoft und dann quasi sagt, ich habe ein Problem mit meinem PC. Dann landet man irgendwo in Indien bei einem Guy und der versucht, nur in der PC zu infizieren und dir dann quasi Geise zu nehmen. Okay, hier ist ein ordnerer Nudes. Okay, because... Warum guckt er sich das alles an? Warum guckt er sich das an? Warum schaut er sich das an? Was? Was ist das? Was war das? Das war ein Nacktmull. Russliche Briefe. Ich habe sogar noch eine Brüche bekommen, aber... Verstehe, kein Wort. Oh Gott, ich bin erschrocken. Oh nein, oh nein. Belastet. Sie kann so froh sein, dass sie diesen Rucksack da vorne hat. Ich glaube, den habe ich so schon mal gesehen. Oh mein Gott, ich bin so erschrocken. Oh, sch***, Alter. Das muss so wehgetan haben. Auch noch vor allen Dingen live halt, ne? Keine Ahnung, cool. Oh nein, 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 nein. Der Über-Crim von letztem Jahr. Hoffentlich macht er dieses Jahr nicht wieder sowas. Und jetzt gleich die Crowd. Schau dir die Crowd an, wie sie abgeht. Eine Person. Eine Person. Noch eine Person. So unangenehm diese Fortnite-Party daraus zu machen. So aufgezwungen. Aber keiner macht nichts, Alter. Was für ein Game. Was hast du für ein Dude? Und jetzt? Oh, iiih, Alter. Ja, was ist los mit den Leuten? Warum sollte man denn... Ja, jeder weiß halt, dass es klingt wie eine schnalzende Vorhaut, ne? Oder halt ein... Klingt ein *** so, Anni? Äh, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe zur Ehe, bis ich 60 bin. Ich auch. Oh nein, das ist dieser Stream von Mark Zuckerberg, Alter, wo er befragt worden ist. Das Hotel ist... Äh, nein. Oh, er nimmt die komplett auseinander. Boah, Alter, 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 oh mein Gott, Ehre genommen Mark Zuckerberg, Alter. Die Frage, würdest du vielleicht sagen, in welchem Hotel du übernachtet hast? Und er sagt so, nö. Aber würdest du denn sagen, wem du alles geschrieben hast? Nö. Gut, dann haben wir das ja geklärt, weil Facebook sollte das auch nicht wissen. Krasse, krasse Ansage von einem Buh, der auf jeden Fall schon über 400 ist. Ach, so, ach, so gut geredet, Alter, ah, leid, nice. Oh nein, das ist Stingens, Raumschiff Enterprise, VR-Game. Äh, Alice, willst du das scannen? Was? Was macht man? Er, er, er signalisiert, dass die riesige Brüste scheinbar hat. Das ist so dick. Ich will dieses Game auch spielen. Jimmy Docs walks in on him, okay, und er spielt irgendein Horror-Game. Alter, hoffentlich klatscht deine Tochter nicht weg. Das wäre echt lustig. Deine Tochter erschreckt ihn jetzt halt. Er wird komplett auslasten. Jetzt gleich Daddy. Oh mein Gott, ich ist... Ah, sch***. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Junge. Oh, dieser Clip ist so krass. Bei Dr. Disrespect wurde mal aufs Haus geschossen. Echt? Ja, er kommt jetzt wieder und erzählt das. Ladies and Gentlemen, I gotta f*** in the, uh... I gotta end the broadcast right now. Someone shot at our house. So krank. So krank. This is the second shot. Someone shot yesterday. Someone shot yesterday at our f***ing house. And someone shot again right now and connected with the house upstairs. You're driving by. Right? You f***... Boah. Alter. Stell dir mal vor. Boah. Wir hätten in Deutschland Schusswaffen. Katastrophe. Wäre so geil. Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall an der Stelle damit durch, oder? Andi, möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen? Bitte frag mich nie, wie ich bei deinen Videos nicht machen kann. Abonniert Ravens halt ansonsten. Das ist extrem gemein von dir, Leute. Schaut auf jeden Fall auch gerne bei AndiSeDuck vorbei, wenn ihr 200 Wissenswert... Und dann geht es um 36-7-6-7-7-8-23-6-7-6-6-7-7-6-7-7-7-7-7. Vielen Dank.